Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei Black Tail. Immer noch überwältigt von letzter Folge, das war echt. Also das war schon echt, ne? Das war übel. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Er wird ausrasten. Er wird komplett ausrasten. Er wird alle vernichten. Amicia liegt auch im Sterben. Der geht richtig beschissen. Oh, mein Kopf. Ist das ein Traum? Nein, das ist echt. Oh, da ist jemand. Ich hab echt gar kein gutes Gefühl. Was tut ihr da? Ähm, Emily? Oh, mein liebster Junge. Mama? Du solltest zurück ins Bett gehen. Hülko, ist sie tot? Nein, nein. Geh wieder ins Bett. Victor, bring ihn zurück. Bitte. Was? Mein Herr, wir müssen hier weg. Wir holen sie von innen. Oh ja? Ist es? Ich wusste es. Emily, ich hole dich. Nein, aber was machst du? Bitte nicht. Bitte. Ich bin die bessere Mutter. Ich bin die bessere Mutter. Du brauchst mehr Ratten. Bitte. Was ist das? Sie steckt fest. Erledige sie. Ruf mehr. Sie wollen Blut. Sie wollen Blut. Schicks die Kräfte um jeden Preis. Hier ist dein Blut. Fressen für die Ratten. Was macht ihr da? Wir zahlen es dir ein. Mach weiter, Hugo. Was? Was ist das? Sie tut mir ein. Hör doch nicht. Still. Ihr werdet alle sterben. Nein, gib Gott. Das ist ein Fehler. Tötet das verdammte Mädchen. Kocht erst, was es wollen. Kommt. Kommt zu mir. Gebt uns euer Blut. Ja. Die sind viel zu nah. Das ist so heftig. Das ist so heftig. Hopp ab, Mia. So ist es schön. Geschafft. Jetzt bist du dran, Emily. Jetzt vergießen wir dein Blut. Emily, nein. Nein. Nein, wir müssen verschwinden, Herr. Es ist zu spät. Lass mich los. Lass mich los. Nein, die Menschen brauchen euch doch. Herr. Mia. Werdet diese Insel nie verlassen. Ich beende das. Oh, finde ich gut an. Boah. Das war so meine innere Rache, die ich gebraucht habe. Es war sowas von Falte alles, aber das war sowas von... Das war so wichtig. Oh, Gott. Amicia? Amicia, wo bist du? Ich... Ich bin hier. Oh, nein. Hugo. Hugo. Nein. Hugo. Nein. Oh, danke. Danke. Es geht uns gut. Dir geht es gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich bin hier. Das war so wichtig. Alles ist gut. Ich bin hier. 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 Bitte, Hugo, sag doch was. Sieh mich an, bitte. Ich brauche dich. Amicia, wir müssen hier weg. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Hugo, antworte mir. Amicia, wir müssen jetzt gehen. Und wohin? Zum Hafen. Wir verschwinden von der Insel. Ich will ausruhen. Das kannst du, wenn du in Sicherheit bist. Wir werden niemals sicher sein, Lukas. Niemals. Es gibt keinen Frieden für uns. Sieh ihn an. Sieh nur. Ich gehe voran. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja? Ich trage euch, wenn es sein muss. Aber ich bringe euch hier raus. Jetzt holt die Flucht und steh auf. Gut gemacht. Ich werde euch hier rausbringen. Das ist durch. Das geht zu krass an die Psyche. Das Spiel. Ist es der Arm? Die Schulter. Ich werde sie einrenken. Tu es. Nicht bewegen. Das wird wehtun. Alles gut? Hugo ist durch. Hugo ist durch. Dann komm. Der ist komplett durch. Das ist komplett durch. Hugo? Gehen wir. Atme. Wir haben die Truhe. Ich will da rein. Jetzt wartet mal kurz. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so fertig mit den Nerven. Das ist... Na los. Alles wird helfen. Du brauchst es. Also ich hab mal irgendwas gelesen, dass der erste Teil... Nein! Ich glaube, du hörst mich. Tut mir leid. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Hier. Diese Haut. Oh, weiter. Aber das Zeichen der Makula sieht größer aus. Eine Stange mit einem Seil. So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Darf ich mir deine Augen ansehen? Normale Pupillen. Ach, du blinzelst kaum. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was wir damit machen müssen. Aber ich glaube, das hat schon gereicht. Alter, die Arme, die wurde... Ich weiß gar nicht, was ich grad sagen wollte. So ein Chaos. Ich kann nicht. Oh, bitte. Bitte, wie soll ich das schaffen? Bitte. Ich kann nicht. Hilfe. Oh Gott. Halt. Halt. Steh auf. Steh auf und geh weiter. Das geht schon ein bisschen ans Herz, muss man einfach sagen. Es ist knapp. Es ist knapp. Es ist echt knapp. Ich gebe diesem Gefühl nicht nach. Das ist schon echt heftig, ey. Also... Puh, es schaffen nicht viele Spiele. Gib acht! Oh! Nicht schlecht! Guck mal! Wir versuchen hochzuklettern! Ja! Geht's dir gut? Ja! Total! Drei aufgeschlitzte Seiten, Arm, Bein, Köter. Er steckt fest. Das ist zu hoch. Aber es gibt keinen anderen Weg. Amicia, schieben wir. Da ist was dahinter. Ja, Rappen, geil. Oh. Was ist das? Es ist die Stadt. Was? Der Sonntöter. Der Lichtverschlinger. Der Nebel aus den alten Texten. Es gibt ihn wirklich. Ich bin zu Hause. Nein, nein. Das ist nicht zu Hause. Ugo, sieh mich an. Das ist nicht er, Amicia. Die Makula, sie versucht, die Leere zu füllen, die durch den Tod eurer Mutter entstanden ist. Ich, ich hätte sie retten müssen. Aber wir können es beenden, ja? Sie hat hier einen Snopflied, das? Hast du mich, Ugo? Wir finden diesen Mistkerl, den Klafen, und töten ihn. Nein, genug. Wir verschwinden von diesem verdammten Ort. Lass uns ihn von hier wegbringen. Er ertrinkt, Amicia, verstehst du? Halt ihn über Wasser. Rede mit ihm. Halte dagegen. Er braucht dich. Schon gut. Schon gut. Und... Bleib nah dran. Der Nebel ist überall. Achte auf die Fackel. Ja. Hey, Vorsicht! Oh, was ist denn? Das hab ich gemeint. Bleib weg von den Dämpfen. Das brennt. Vorsicht! Da ist noch mehr. Ich sehe sie. Vorsichtig! Das ist echt schlimm. Oh nein! Es weiß, dass wir hier sind. Ja und? Na los! Ich glaube, das ist er. Was? Ich habe gespürt, wie er gezuckt hat. Vor der Explosion. Ich sag's doch. Sein Bund mit der Makula wird immer stärker. Ich weiß, dass du noch da bist, Hugo. Halte durch! Das ist ein bisschen wenigstens wie die Pest damals im Mittelalter, warum die ganzen Leute gestorben sind. Wahre Begebenheit. Das hält sich so mal vor, ey. Alles klar. Das kann nicht sein. Wie viele sind da drin? Ja, ich bin hier. Hey! Ich warte. Gehen wir, Lukas. Los! Ja. Komm, Hugo. Nein! Ich warte. Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht. Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Du hast das Witten gemacht. Sie kommen. Lauft! Bleib dicht an der Wand! Ach geil, es geht wieder los. Schnell, wir schwitzen uns alles ein. Oh, schnell! Immerhin hilft er mir noch. Nicht zurückschauen. Rennst! Da geht's runter! Nicht nachher! Runter! Schnell runter! Oh, das ist übel. Am Ende ist sonnenlich zu sehen. Los, rennt so schnell ihr fernst! Verdammt! Verdammt seid ihr! Wir verschwinden hier! Ihr bekommt ihn nicht! Hört ihr? Es ist vorbei! Admin! Admin! Ugo? Ugo! Ugo! Siehst du? Da ist noch Licht. Ja, das ist unser Blut. Das bist du. Wir sind noch nicht fertig. Gehen wir. Ja, ich bin bereit. Wir müssen den Hafen erreichen. Ugo! Ugo! AAH! Ugo! Ugo! Ah! Der... Ugo! Gist hier. Der Graf muss unbedingt noch sterben. Unbedingt. Das ist... Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Und mal gucken, wie das alles weitergeht. Ich bin gespannt. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.